West Berlin vor nicht einmal 24 Stunden. Ein Symbol wird erobert. Spontan stürmen es einige, dann hunderte Berliner die Mauer am Brandenburger Tor. Richtig in der Rückerinnerung sind mir ganz viele Ereignisse. Demonstrationen, Botschaftsbesetzungen. Da war, glaube ich, der Mauerfall einfach nur der Höhepunkt. Die Grenze ist offen und sie bleibt offen. Und sie wird von Minute zu Minute von mehr Menschen überschritten. Eigentlich wäre ich ja in Norwegen gewesen. Im Trainingslager hieß es zu DDR-Zeiten. Da war nämlich die Nationalmannschaft. Aber ich hatte in der Zeit Knieprobleme und bin einfach zu Hause geblieben, habe mich noch auskurieren müssen. Und deswegen habe ich dann diese Zeit, wo es ja auch um den Mauerfall ging, zu Hause verlebt. So. Er ist ja so lange schon dabei. Hatte mal ein bisschen ein Tal. Jetzt kommt er schon. Anfang des Wendejahres 1989 wird er nochmal Weltmeister für die DDR. Sieht gut hinaus. Jawohl. Mit Sicherheit der weiteste Sprung und ich würde auch sagen, der schönste. Er muss jetzt klar die Führung übernehmen vor Nikola. 89 Meter. Weil das Wetter keinen zweiten Durchgang zulässt, reicht ein Sprung zum WM-Titel in Finnland. Bald danach kommt die doppelte Wende. Die politische und die V-Stil-Wende nicht mehr eng beieinander. Weit auseinander müssen die Skispitzen jetzt für mehr Weite in der Luft sein. Der Einzige, der mit beiden Sprungstilen Olympiasieger wird, ist Jens Weißflug. Im Abstand von zehn Jahren. Als Sportler in zwei deutschen Ländern. Den Vaterländischen Verdienstorden bekommt er und das Bundesverdienstkreuz. Eine Laufbahn. Zwei Welten. In Pöhla entdeckt er das Skispringen. Dem Erzgebirge wird er lebenslang verbunden bleiben. Die Kinder- und Jugendsportschule in Oberwiesenthal formt das Talent. Mit 14 geht das Gewinnen los. Es gab viele kleine Sportrikaden, die Kreissportrikaden, die Bezirksportrikaden und dann eben die ganz Große. Aber bei dieser ganz Großen, die ja auch nur alle zwei Jahre stattfand, erfolgreich zu sein, das war einfach das Größte. Es war mehr als DDR-Meister zu sein und da ganz oben zu stehen. Da stand zwar im Rücken auch ein Banner mit Sieg des Sozialismus und so weiter. Aber es war eher die Feierlichkeit dieser Veranstaltung, die so ein bisschen olympischen Spielen für Jugendliche nachempfunden wurde. Die olympischen Spiele für Erwachsene erlebt er mit 19. Bei der Eröffnungsfeier in Sarajevo 1984 marschiert er nicht mit, ist im DDR-Team aber längst eine feste Größe und mit den speziellen Anforderungen vertraut. Da gab es natürlich vor der Saison oder auch vor größeren Höhepunkten nochmal eine Einweisung, Verhaltensrichtlinien wurden nochmal festgeklopft. Das hieß natürlich in erster Linie nicht allein gehen, immer zu zweit. Den einflussreichsten Sportfunktionär im Land, Manfred Ewald, dessen Mitwirkung am DDR-Doping-System nach der Wende juristisch ermittelt wird, lernt er auch kennen. Ich kann mich an meine erste Vierschanzentournee erinnern, die nicht so erfolgreich war, nicht nur bei mir, sondern für das gesamte Team. Da wurden erstmal die Trainer den Kopf kürzer gemacht, danach waren wir Sportler dran. Also das ging auch nicht in einem normalen Ton ab. Das sind so Ereignisse, die man als Sportler einfach behält, weil man das auch nicht als normal empfand. 1983, mit 18 ist es soweit, der erste Weltcup-Sieg. Die noch junge Weltcup-Serie zählt daheim nicht so viel. Das Prestige der großen Titel ist wichtiger. Kurz vor Olympia erreicht er das zum ersten Mal. Er gewinnt die Vierschanzentournee. Die Umstände der Reise zu den Spielen in Jugoslawien kurz darauf sind dann nicht gerade leistungsfördernd. Zumindest aus Sportler Sicht waren wir ja mit dem Zug unterwegs, 36 Stunden. Zu dem Zeitpunkt haben wir uns sicherlich auch gefragt, warum fliegen wir da nicht einfach die zwei Stunden hin und sind da, warum setzen wir uns jetzt 36 Stunden in den Zug. Der Teenager muss beim größten Ereignis seines Lebens ohne zwei Vertrauenspersonen auskommen. Der Trainer und sein Vater fehlen. Verwandte ersten Grades durften nicht gleichzeitig an der Wettkampfstätte sein, zumindest nicht im kapitalistischen Ausland, wozu ja Jugoslawien so zum Teil mit dazugehörte. Und diese Gefahr, dass sich dann die beiden dort vielleicht absetzen, die war dem Staat zu groß. Jens Weißflok, junger, 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 geboren in Erla-Bronn, arbeitet in den ostersgebirgischen Posamentierwerken in den Anderberg Buchholz. Es ist windig am Berg Igmann. Weißflok muss warten auf der kleinen Schanze. Nach dem ersten Sprung hat der Tourneesieger einen Rückstand von dreieinhalb Punkten auf Mati Nükkänen und ist im zweiten Durchgang vor dem gleichaltrigen Finnen dran. Ja, Millionen zu Hause stehen hinter dir und pusten und pusten und pusten. Jens, je aufs Janze möchte ich berlinerisch sagen zu dir als Erstgebirgler. Und flieg und flieg und greife den Sprung und lande sicher. Er bleibt vorher sicherlich an der Spitze. Da Nükkänen nach mir kam, war auch die Anzahl der Interviews relativ bescheiden und schnell durch, weil alle da mit rechneten, Nükkänen würde gewinnen. Und nun Nükkänen die Entscheidung. Weißflok führt. Ich war schon wieder auf dem halben Weg nach oben, als dann Nükkänen endlich dran war. Und hab das so halb am Aufsprungmügel dann miterlebt. Nein, der war nicht weit genug. Aber ist das der Olympiasieg? Ist das der Olympiasieg? 84 Meter? Nein, Weißflok ist der Olympiasieg. Das erste Olympiagold vor den Finnen, Matti Nükkänen und Yari Puikkonen. Und die Realisierung, die kam bei mir erst in dem Moment, wo ich das erste Mal für mich allein war. Dann viel später im Olympischen Dorf, wo ich für mich dann abends im Bad vorm Spiegel stehe und denke, das Spiegelbild, was ich da sehe, das ist doch der, der heute Olympiasieger geworden ist. Für einen Olympiasieger gab es 25.000 DDR-Mark. Und dafür hab ich mir ein Trabi gekauft. Also mein erstes Fahrzeug war ein Trabi Deluxe mit ausstellbaren Seitenscheiben hinten, mit Rollgurten, mit so einem Dreispeichenlenkrad, dann Scheibenwischer-Intervallschalter. Also da lacht man heute drüber, aber das waren die Besonderheiten. Das zeichnete den Trabi Deluxe aus. Das volle Geld war nie zur Verfügung, man musste das immer abrufen. Das war in gewissem Maße vielleicht auch ein Trugmittel, dass wenn man vielleicht verfrüht aufhören wollte und die DDR hat einen noch gebraucht, als Spitzenkandidatin in dieser Sportart, das vielleicht dann zurückzuhalten und zu sagen, wir haben ja noch das Geld von dir. Auf der Großschanze wird er hinter Nükkänen Zweiter. Die DDR stellt das erfolgreichste Team der Spiele ein staatstragender Erfolg. Er freut sich. Die Silbermedaille dürfte ihm sicher sein. Gold und Silber für diesen jungen Mann. Zurück ging es auch mit dem Zug. Auch wieder die 36 Stunden. Die Feier fand ja dann auch zuerst in Berlin statt, also sind dann bis Berlin durchgefahren, Empfang der Staatsregierung. Die Belohnung war eine Reise mit dem Schiff, 14 Tage übers Meer, auf der Völkerfreundschaft. Also die AIDA der DDR, 14 Tage nochmal Urlaub auf Kuba. Vier Wochen Urlaub als Sportler kannst du dir eigentlich überhaupt nicht leisten, weil es wurde auch auf dem Schiff trainiert. Aber trotzdem war es die Reise unseres Lebens. In Oberwiesenthal ist die Beziehung zu einer Langläuferin aus Thüringen Teil des Privatlebens. Tochter Sandra kommt zur Welt, zu der es jedoch erst Jahre später wieder regelmäßigen Kontakt geben wird. Das war dann aber von der Mutter so gewünscht, dass da erstmal kein Kontakt mehr stattfinden soll, damit einfach das Kind auch die Chance hat oder die andere Familie die Chance hat, da was Neues zu gründen, ohne den Einfluss des Vaters, der vielleicht auch bekannt ist. Matti Nükkennen ist bei Olympia in Calgary 1988 der Star der Schanzen. Weißflug dagegen ist schlecht vorbereitet und spielt keine Rolle. Ja, und der Matti zeigt es Ihnen erneut. Es ist unglaublich, was der leisten kann, wenn er herausgefordert wird. Über Jahre haben sich die beiden beim Siegen abgewechselt. In Kanada gewinnt Nükkennen weit vor Weißflug dreimal Gold. Wir waren so nicht nur Konkurrenten, sondern auch irgendwie Freunde im Geiste. Also weil jeder zehn Jahre lang den Weg des anderen begleitet hat. Nükkennen hat Alkoholprobleme. Später kommt er mit dem Gesetz in Konflikt. Der Lebenswandel überschattet die Erinnerung an die Erfolge. Der viermalige Olympiasieger stirbt im Februar 2019. Weißflug reist zur Beisetzung nach Finnland. Dann dort zu sein, ist einfach auch der Respekt gegenüber der Person. Egal, was sie danach dem Sport für einen Lebensweg hatte. Den man aber auch anerkennen muss, weil jeder da für sich das entscheidet. Und nicht jeder das Glück hat, immer den gleichen Weg wie sportlich oben entlang zu gehen. Siegerehrungen erlebt er oft mit Nükkennen und Dopingkontrollen. Unter besonderen Umständen nach dem Goldgewinn in Sarajevo 84. Weil es zu dem Zeitpunkt noch Bier bei der Dopingkontrolle gab. Und eben zumindest nicht nur Alkoholfreies. Und man könnte jetzt sagen, naja, es gab Bier, weil der Nükkenn dabei war. Es ist auf alle Fälle die erste Siegesfeier gewesen. Wo zwei 19-, 20-Jährige die Saison bis dahin überwiegend entschieden haben, wer auf dem Podest steht und dann Erster und Zweiter in der ersten olympischen Entscheidung sind. Und das ist natürlich in erster Linie mal ein Bier wert. Es gibt auch weniger beschwingte Dopingkontrollen. Ein Vereinskamerad aus Oberwiesenthal ist nach einem internen Test positiv. In seiner Biografie beschreibt Weißflug die Aufregung im Team. In diesem Zusammenhang kommt da der Satz vor, ich lese das mal vor. Ulf Findeisen lehnte es aber ab, oral Turinabol zu nehmen. Ich schließe mich ihm an. Daraus könnte man schließen, dass es die Aufforderung dazu gegeben hat, das zu tun. Wer den DDR-Sport kennt, der weiß, wie das ablief. Und das war dann vor der Saison, wo quasi nochmal das meiste Training stattfand, die meiste Belastung stattfand, war natürlich dieses Angebot da. Und dort war die Frage, bringt es dir was oder nicht? Mit allen Dingen, die ich schon als 16-Jähriger quasi bekommen habe, weil ich da muskulär zu schwach war, habe ich Eiweißpralinen bekommen. Weiß ich, was in den Eiweißpralinen drin war, zum Muskelaufbau. Also, da könnte man sagen, man hat was nicht wissentlich verabreicht bekommen, aber ohne Gewissheit. Herzlichen Glückwunsch, Jens Weißblock und auch dem Mannschaftsführer der DDR. Bei der WM in Seefeld 1985. Erster Gastauftritt im Westfernsehen, das aktuelle Sportstudio. Und wie das Uses war, durfte man ja in solche Geschichten nie allein gehen. Selbst der Fernsehauftritt wurde begleitet von Eckhard Pescher, also dem Präsidenten des Skiläuferverbandes der DDR. Der erste Sprung kam super, möchte ich sagen. Ich hatte acht Punkte Vorsprung vor dem zweiten und so konnte ich eigentlich sehr beruhigt in den zweiten gehen. Als erneuter Tourneesieger ist er angereist. Aber das DDR-Team ist noch ohne Medaille. Weißflog muss die Bilanz retten. Was mag nur in dem Kopf vor sich gehen. Denk dran, was du kannst. Autosuggestion. Die Entscheidung muss jetzt fallen. Das ist es. Das ist der Sieg. Ich warte nicht auf die Weite. Ich warte nicht auf die Not. Das ist der Sieg für Jens Weißflog. Preise und Prämien gibt es auch wieder. Nur das Auftrittshonorar im West-TV, das kriegt er nicht. Was ich bis dahin auch nicht wusste, dass es für diesen Auftritt Geld geben würde. Das waren, glaube ich, 200 D-Mark. Und 200 D-Mark waren für mich damals Riesengeld. Das wäre eine Bohrmaschine, ein Stereo, Radio, Kassettenrekorder oder irgendwas gewesen, was man sich hätte dafür kaufen können. Aber die wurde großzügig vom Eckart Becher abgelehnt, weil wir nehmen kein Geld. Jens Weißflog, es war die Rede vom Beruf. Was machen Sie beruflich und was haben Sie für Ziele? Ich bin Lehrling als Elektroinstallateur. Hoffe, dieses Jahr meinen Beruf abzuschließen. Als Installateur wird er zwar bezahlt, muss aber nie da sein. Er ist Sportler. Fünf Jahre nach Seefeld, 1990, die Wende ist im Gange, sind die Fragen beim nächsten Studioauftritt schon etwas unbefangener. Sie werden oft auch als der fliegende Volkskammerabgeordnete bezeichnet. Noch folgekandidat. Sie sind also Mitglied der Volkskammer. Was haben Sie da gemacht die letzten Jahre? Immer wenn Erich kam, diesen rhythmischen Beifall in der vorletzten Reihe oder was macht man da? Prominente Sportler sind in der DDR auch als politische Akteure willkommen. Als Weltmeister von Lahti tritt Weißflog beim Pfingsttreffen der DDR-Jugend 1989 auf. Nur Vereinnahmung ist das nicht. Ich denke auch, dass man als Jugendlicher, als jemand, der permanent in diesem System aufgewachsen ist und permanent auch mit diesen Dingen beschallt wird, in einem gewissen Maß auch daran geglaubt hat. An die gute Sache des Sozialismus. Im November 1989 verfolgt er als Abgeordneten Nachrücker die Sitzung der Volkskammer an Ort und Stelle. Auch die bizarre Rede des langjährigen Stasi-Chefs Erich Mielke. Ich liebe doch alle. Alle Menschen. Ich liebe doch. Ich setze mich doch dafür ein. Später wird er erfahren, dass auch Sportler von Mielkes Apparat belauscht wurden. Ich bin mir durchaus bewusst, dass es im nahen Umfeld welche sein könnten. Ob das der Trainingskamerad war, Trainer vielleicht, die dich über Jahre begleitet haben. Aber ich will die Bilder, die ich von den Leuten habe, die es vielleicht hätten sein können, behalten, wie sie waren. Ich habe meine Stasi-Akte bewusst nicht angefordert. Nicht das, ja, vielleicht so ein bisschen des lieben Friedens willen. Im Rückblick habe ich zumindest für mich keine Nachteile empfunden, wo ich sage, das könnte etwas gewesen sein, wo mich jemand verpfiffen hat. An der Torwand trifft er im Januar 1990 zweimal. Der Schwarzwälder Dieter Thoma ist auch da. Er hat an diesem Tag als erster Westdeutscher seit 30 Jahren die Vierschanzentournee gewonnen. Vor dem Schusstag sieht Weißflug wie der sichere Sieger aus. Noch im DDR-Dress wird er dann nur Dritter. Widerwillig kommt er zur Siegerehrung. Es wäre sein dritter Tourneesieg gewesen. Der gelingt ihm erst nach der Wiedervereinigung, die die Skispringer 1990 im Handumdrehen erledigen. Wir sind eigentlich von einem Wettkampf abgereist, wo wir noch gegeneinander gesprungen sind, zum ersten gemeinsamen Trainingskurs. Und dort gab es am Abend eine Ansprache vom damaligen Bundestrainer Rudi Tusch. Wir freuen uns, dass wir jetzt alle zusammen sind. Und ja, am Ende war es so. Also ich weiß nicht, ob wir mit einem Glas Sekt oder was angestoßen haben zur Wiedervereinigung. Jens Weißflug, jetzt geht es um den Gesamtsieg. Gelingt ihm ein Sprung, ich will mal sagen, so um 100, 304 Meter oder 100 Meter kann ihm, glaube ich, nichts mehr passieren. Noch hat er 37 Punkte oder 35 Punkte in der Gesamtwertung Vorsprung. Gucken wir mal, das ist gut. Reicht, reicht, reicht. Hat's gewonnen. Ich bin ziemlich sicher, der Gesamtsieg der 39. internationalen Vierschanzentournee ist vergeben. Im Jahr 1 nach der DDR ist dann der dritte Tourneesieg da. Nur zwei haben das vor ihm geschafft. Dieter Thoma wird Dritter im jetzt vereinten deutschen Team. Doch eine andere Wende steht ihnen noch bevor. Die Wende zum V-Stil. Bis 1991 gehen die Titel immer noch an die, die die Ski in der Luft zusammenhalten. Es scheint kein Handlungsbedarf zu bestehen. Weil wir daran geglaubt haben, dass wir in dem Parallelstil im nächsten Jahr noch mit vorn sind. Zudem hat er mit Knieverletzungen zu tun. Die Umstellung klappt nicht. Es kommt, was kommen muss. Die Olympischen Spiele 1992 in Albertville sind eine Enttäuschung. Weit weg von den Medaillen. Keiner hatte Erfahrung, wie geht V-Stil. Die Trainer wussten nur, mach die Füße auseinander. So weit konnte ich mir das schon vorstellen. Den ganzen Winter wird geübt, doch das V will nicht gelingen. Erst Monate später bringt ein sonniger Tag in Oberwiesenthal die entscheidende Wende. Und dann sehe ich während des Fluges mein Schattenbild vor mich herfliegen. Und sehe beim Schattenbild, dass der linke Schie nicht so weit draußen ist. Das war wie Springen vorm Spiegel, also Selbstkorrektur in der Luft. Da hat man dann wirklich das erlebt, was der Trainer immer gesagt hat. Aber man selbst nicht merkte. Und diese Korrekturmöglichkeit, das war ein Riesenerlebnis, sich selbst fliegen zu sehen. Sich selbst korrigieren zu können in der Luft. Trotzdem springt er weiter hinterher. Die WM in Schweden wird 1993 zum Desaster. Er landet weit abgeschlagen. Erst im Dezember dieses Jahres gelingt dem neu gestylten Weißflug in Planitza zum ersten Mal ein V-Stil-Sieg. Kurz darauf beeinflusst der Norweger Lasse Ottesen mit einem Verzögerungsmanöver zum Nachteil von Weißflug den möglichen vierten Tourneesieg. Espen Bredesen aus Oslo gewinnt, dank des besseren Windes in Bischofshofen. Bredesen gegen Weißflug, das ist der Zweikampf der Saison. Dann auch bei Olympia auf der Großschanze ein paar Wochen später. Aber jetzt die besten zwei. Nun, man sprach ja zu Recht hier vom Duell um die Lufthoheit von Lillehammer. Weißflug gegen Bredesen. Das hat auch dann den Zweikampf vor Ort ausgemacht. Und der fand aber eigentlich gleich vom Szenario statt wie in, wie zehn Jahre vorher in Sarajevo, dass ich eben nicht führte, sondern Zweiter war und sich das Blatt im zweiten, im Finaldurchgang gewendet habe. Routine und die Schnellkraft beim Absprung sind seine Trümpfe, die von Bredesen das Balancegefühl, die Risikobereitschaft. Jens Flieg und er tut es ganz weit hinunter. Ein Riesensprung von Jens Weißflug und zu Recht jubelt er. Zehn Jahre nach seinem Olympiasieg in Sarajevo ist er wieder top. Aber in dieser Konstellation, zehn Jahre später, auch im, ich sag mal, im Mutterland des Skispringens, gegen den Norweger dann zu gewinnen, das ist eigentlich für einen Skispringer, kann es eigentlich nichts Größeres geben. Und jetzt Espen Bredesen, der Glückspilz des ersten Durchgangs. Was hat er für einen idealen Wind? Jetzt ist er in der Spur. Schanzenrekord, 135,5 ist er gesprungen. Wie steht jetzt der Wind? Schlecht für ihn. Schlecht, aber er macht es trotzdem. Das wird eng. Das wird eng. Und das ist der zweite Platz für Bredesen, trotz der Riesennoten und der Sieg für Jens Weißflug. Bravo Jens. Der ganze Ablauf war doch etwas anders als in Sarajevo zehn Jahre vorher. In Lillehammer stehe ich immer noch unten, warte auf den Konkurrenten, der unmittelbar nach mir springt und konnte auch sofort jubeln. Das hat für mich eine emotionale Bedeutung gehabt, weil es natürlich mit vielen Dingen zusammenhängt. Ich sage mal, nicht mit der Wende. Aber Umstellung auf den V-Stil. Dann klappt das nicht gleich mit dem V-Stil. Dann wirst du 30. bei der WM. Dann wirst du als Brathuhn bezeichnet. Es ist ja in erster Linie auch nicht nur eine Genugtuung für einen selbst, dass sich das Training gelohnt hat und so weiter. Die ganzen Dinge, die man dafür tut. Sondern es ist auch eine Genugtuung gegenüber den Kritikern. Ehefrau Nicola hat den Erfolg mit den beiden Söhnen daheim erlebt. Beim nächsten Goldgewinn im Team ist sie dabei. Doch es gibt ein Nachspiel. Weißflug gratuliert dem Schlussmann der überlegenen Japaner schon vor dem letzten Sprung. Masahiko Harada macht dann mit einer indiskutablen Leistung das deutsche Quartett zum Olympiasieger. Weißflug wird unfaires Verhalten vorgeworfen. Die Sache steht in der Zeitung. Beim letzten Wettkampf auf der kleinen Schanze kurz danach wird er ausgepfiffen und reagiert unbedacht. Vierter wird er in seinem letzten olympischen Wettbewerb und verlässt Lillehammer mit gemischten Gefühlen. Am Alleinstellungsmerkmal der einzige Olympiasieger im Parallel- und V-Stil zu sein, noch dazu für zwei deutsche Staaten, ändert das nichts. Später kehrt er als TV-Experte immer mal wieder zurück an die Städte des größten Triumphs. Was Steine so für eine Geschichte erzeugt. Auf den noch einer folgen wird. Denn den nach Olympia geplanten Rücktritt nimmt er zurück. Das Gold von Lillehammer lässt sich versilbern. Vor der Vierschanzentournee 1996 ist er nicht in Form. Startet aber als Zweiter in Oberstdorf. Dann stürzt der Favorit aus Finnland, Mika Leitinen, beim Training zum Neujahrsspringen und scheidet aus. Der Weg zum Tourneesieg ist frei. Vor 13 Jahren hatte er auf dieser Schanze seine erste Vierschanzentournee gewonnen. Und heute am Dreikönigstag setzte er sich selbst die Krone auf. Jens Weiß flog auf den Sprung in Bischofshofen. Und mit ihm gewann der 31-Jährige aus Oberwiesenthal zum vierten Mal die Vierschanzentournee als erster Springer überhaupt. Gründer Abschluss einer beispiellosen Springer-Karriere. Und damit guten Abend und willkommen zum heutigen Jahr und direkt zur Politik. Daheim im Erzgebirge verfolgt man den historischen Erfolg beim Public Viewing. Und das war sicherlich auch der Sieg des Tages. Es hat zu diesem Zeitpunkt dann auch medial die Bedeutung eingenommen. Was für mich nochmal auch eine Erfahrung war. Wo ich gedacht habe, du bist schon bekannt, aber plötzlich war ich noch bekannter. In Österreich erfüllt er sich noch einen letzten Springer-Traum und überfliegt die 200-Meter-Marke. Im Sommer darauf ist Schluss. Abschiedsspringel in Oberwiesenthal. Schanzenrekord 102 Meter. Der Wechsel ins Berufsleben ist nahezu übergangslos. Er eröffnet ein Hotel in seiner Heimatstadt. Und wer sein Zimmer sucht, tut gut daran, die Erfolgsstationen in der Karriere von Jens Weißflug zu kennen. Dreimal Olympiagold, vier Tourneesiege. Das reicht für die Unsterblichkeit. Das sind alles Dinge, die dazu beigetragen haben, dass der Name Jens Weißflug heute immer noch eine Rolle spielt. 23 Jahre nachdem ich aufgehört habe, kommen die Leute immer noch und wissen, wer das ist. Wo Leute heute nach drei Jahren teilweise schon vergessen sind. Mit seiner zweiten Frau, Doreen, hat Weißflug-Tochter Greta, die als Neunjährige die sportliche Familientradition fortzusetzen beginnt. Wir haben da nicht den Anspruch, dass er jetzt Olympiasiegerin werden soll. Aber wie bei mir sehe ich die Dinge auch nicht immer nur zum Spaß, sondern auch mit einer gewissen Konsequenz, dass man, auch wenn man mal keine Lust zum Training hat, dann eben trotzdem hingeht. Wichtig für uns ist nur, dass sie nicht YouTube-Star oder Influencerin werden will, sondern sie soll was Richtiges machen. Der Hotel- und Restaurantbetrieb kommt im Jahr der Corona-Pandemie wiederholt zum Erliegen. Die Lockdown-Erfahrung hinterlässt Spuren, auch beim Olympiasieger im Erzgebirge. Als Sportler konnte ich größtenteils dazu selbst beitragen. Das hat manchmal geklappt, manchmal auch nicht, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Aber in dieser Situation bist du von vielen Entscheidungen abhängig, die andere treffen. Die andere für dich treffen, wo ich keinen Einfluss mehr habe. Und das lässt mich, obwohl ich sonst gut schlafe, durchaus unruhig schlafen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017